Ihr Leute, ihr habt Kredit. 100 gleich. Komm her, nicht mit den Filmen. Geile Performance, Rolly. Bisschen abgehren sie es immer durch. Schmeißen wir mit Falschgeld rum. Okay, ähm, jetzt bist du beim Neugierigen, ne? Ja, ich lasse die manchmal in Schlossfassaden, dass sie von oben runter wieseln. Das sind Menschenaufläufe. Und zwar im Schienaladen, die werden am Jahreshende verbrannt.